Grüß euch bei uns in der Rimmelstube, ich bin die Franziska und ich zeige einen Kind in seinem Betrieb. Die Rimmelstube ist ein Restaurant in Rinnen im schönen Bärwanger Tal auf fast 1300 Meter Seehöhe. Wir sind ein Familienbetrieb und wir gehen gerne auf die Jagd und von daher kriegen wir dann unser Wildfleisch und wir betreiben nebenbei noch einen Bauernhof, wo wir dann das Lammfleisch aus eigener Landwirtschaft herbekommen. Für uns ist bewusst Tirol nicht nur das Schild, das jetzt neben der Haustür hängt. Bewusst Tirol ist für uns das ganze Empfinden. Dass wir Tiroler zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig und die kleinen Betriebe unterstützen, dann weiss man auch, wo es herkommt und dass die Qualität passt. Wir sind gerne Gastgeber, weil wir uns immer freuen, wenn wir unseren Gästen etwas geben können. Sei es eine gute Atmosphäre, ein gutes Essen, einen guten Wein oder gute Gespräche. Es ist einfach wichtig, dass wir unseren Gästen zeigen können, dass wir mit den Produkten, die wir von uns beziehen, von uns aus Tirol, dass wir sehr gute Gerichte zubereiten können. Dass wir bewusst kochen, bewusst regional, bewusst Tirol eben. Dich€ bio Dich€ You Dich€ 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 Dich€